Na los, kommt runter! Ich geh einfach hier wieder auf meinen Wasserturm. Nein, das wollte ich nicht. Wir wissen, wie man es zoomt. Zumindest ist das Ziel, wie es hier scheiße. Ich nehme ein anderes. Ich nehme ein anderes. Ich nehme ein anderes. Die große Distanz. Oh, jetzt haben wir es. Das 14-fache. Jetzt haben wir ein ordentliches Scharfschützengewehr. Ja. Ich nehme ein anderes. Ich nehme ein anderes. Ich nehme ein anderes. Ich nehme ein anderes. Hä? So. Na, Armbrust? Ach nee, ist ne Seilrutsche. Ach, schade. Das wäre auch zu schön gewesen. Ach, schalte ich halt einfach alles mit dem Scharfschützengefähr aus. Ja, endlich kann ich sniperen. Uh. Bist du noch da? Ja. Nicht mehr weit. Weißt du was? Ich glaube, du wirst deine Mangel. Okay, wir haben Plan. Die Unabhängigkeit ist da hinten los. Ja. Hätte ich mal von oben ausschalten sollen. Gut, merken für gleich. Es gibt bestimmt noch einen anderen Weg. Den müssen wir nur noch rausfinden. Den müssen wir nur noch rausfinden. Okay, da geht's tief runter. Also... Ich denke mal nicht da. Ich denke mal nicht da. ... So einfach geht das. Ich glaube, wir schleichen uns lieber außen rum. Ich glaube, das ist nicht möglich. Ich glaube, das ist ja so schnell zu sehen. Aber ich glaube, ich habe keine Unabhängigkeit. Es gibt ein Wege. Es gibt ein ganzes... Ein ganzes Wunsch. Und jetzt du. So bin ich wieder auf den Wegkopf, um sich in dein scheiß MGR-Nest reinzusetzen. So, ich bin auf dem Gelände. Halt! Keine Bewegung! So, next! Ich weiß nicht, ob durch die Vordertür, ob das so eine gute Idee ist. Okay, der hockt in der Bude. Ganz leise. Okay, ganz ruhig! Hände hoch! Alles klar! Ich nehme dich fest! Du Sau, du! Du, du! Du, du! Halt! Nein, ihr habt mich nicht. Ich bin hier drüben! Oh, wir sind einige! Sorry, Bro, hier ist niemand! Der hat hintersehende Tinten! So, der ist eine Etage weiter hoch! Kann aber den schaff ich denn? Sprung oder bin ich dann dort? Bubi geht mal studieren! Schafft! Ja! Zah! Ihr kriegt mich nie lebend! Da drüben ist er! Ist klar, wenn der Hauptcharakter natürlich nachladen muss... Boah, weh, ich fang wieder ganz am Anfang an, dann fiep ich hier aus.